ich mag keinen pfusch in meinem haus dann doch hier oder was dann war der falsch ist das so ein block bietet sich das hier drinnen weiter fortsetzt weiß ich noch nicht so genau ich habe da um die ganze elektronik müssen wir da mal schauen heute bin ich hier schon ein zu weit oder den da und die da der war vermutlich hier und die waren vermutlich da und da 12 stückchen ok doch ein zweiter gut da war ich wieder hin dann passt das hier auch da muss aber die kante auch ein zweiter vor würde ich sagen das hier müsste ich auch irgendwie zu machen dieses loch darunter vielleicht ändere ich dann auch mal das wo ist mein hämmerchen die aufteilung so aber eigentlich wollte man erstmal die wand hier zu machen vor allem oben ich glaube hier hätte ich ganz gerne wieder ein fenster obwohl hier gibt es eigentlich auch nicht mehr so obwohl ein bisschen noch ein bisschen gibt es schon noch zu sehen ich weiß auch gar nicht warum ich eigentlich einen berg gesucht habe um das zu machen also eigentlich ist völlig unnötig gewesen einen berg zu suchen das nächste was ich brauche ist eine schaufel ich verspreche es den wollte ich so und hier muss man noch zu machen ein sigma 1 besuch wie gesagt ich habe noch keine ahnung das lasse ich erstmal offen ich weiß noch nicht ob ich das brauche aber eigentlich ist es gefährlich gefährlich da war ich halt auch zu so jizzle stone eine aber noch schon wieder dunkel das ist ja furchtbar so die kannte die kannte so die kannte die kannte ich bin das ist eigentlich ein block hier so jetzt brauche ich da nur Fackeln damit habe ich nämlich keine dabei aber ich denke ich werde mal eine normale schaufel bauen das macht sich glaube ich einfacher denke ich so ist die gesticken so das passt so viele unmengen von glas was ich brauche so natürlich habe ich jetzt auch keine schlüsselstorm gemacht oder fackeln den rest müssen wir dann schauen wie es weitergeht es sieht schon ein bisschen sehr seltsam aus von draußen ja eigentlich sieht es echt komisch aus ich werde einfach zwei drei bäume hinstellen dann sieht man es nicht so so was haben wir jetzt hier noch für ein loch außenband wieder der falsche stein egal ich sehe gerade ich habe keinen mehr ja ich habe gerade weggemacht ich habe das jetzt gerade spontan was überlegt dörte wir brauchen dörte ja ok ich komme da ja gar nicht mehr rein so ein tier muss ich auch noch irgendwie zu machen eigentlich schon ein tier ne dörte da blind ist auch noch dahin wollte ich gehen da ach scheiße sind sogar mehr rausgekommen da wie komme ich jetzt ja so ja so eine richtige tür wäre natürlich auch mal ein träumchen gell eine richtige tü was ist dieser typ na aber hallo da braucht man hier doch eine tür hin oder so das heißt ich lass das schläuter ich werde etwas es es ich werde es ich werde der So, das heißt ich gehe noch eins raus, dann passt das nämlich auf, da kommen die zwei Und dann kann das hier wieder alles Erde werden Na wohl, vielleicht will ich es gerade in der Höhe Kann ich jetzt höher haben? Bisschen komisch aus als Tür, gell? Mach ich so So, die Erde wieder raus, und die auch Die rege ich dich Seh dich! Die blöde Sau So, okay, dann brauche ich auf jeden Fall mehr Chiseled Stone So, den habe ich dabei Chiseled Small Bricks Chiseled Small Bricks Dann schauen wir mal, gleich haben wir nochmal Glas Und wir nehmen jetzt mal welches mit So Das könnte eigentlich Erde werden, aber ich mache jetzt Stein, weil das sieht dann besser aus So So Da könnte eigentlich Erde hin Es ist natürlich nicht zweierbreite lang, gell? So Das ist natürlich nicht zweierbreite lang, gell? Ja, ach, was soll's. So. Dann werde ich mich ganz gern bis zu der Kante hervorgehen. So, schüssel, schüssel. So. So, ich übertreibe es wieder maßlos einfach. So. Und hier deine Treppe, oder? Ich weiß es nicht. Das gefällt mir auch nicht so richtig. Die Decke ist ein bisschen tief. Decke ich doch eins höher. Ich gehe eins höher. Ich gehe eins höher. Ich gehe eins höher. Ja. Vielen Dank. Da, ja. Oh, dieses Glas ist so geil. Ich gebe euch da noch eine Tür und ein paar Stiefchen. So, hier muss ich noch zumachen. Und zu. Ich bin nicht wundern, wenn hier noch einer reinkommt. Ich bin nicht wundern, wenn hier noch einer reinkommt. Ich bin nicht wundern, wenn hier noch eine reinkommt. Ich bin nicht wundern, wenn hier noch eine reinkommt. Achso, da komme ich jetzt rein. Ha. Die 3er Höhe, äh, 4, 3er Höhe geht ja noch, aber die 4er Höhe ist schon ein bisschen arg übertrieben, finde ich. Ich hab kein Stone mehr. Aber ich hab klare Sichtfenster. Ah, kommst du dann hoch, ich denk schon. Klarsichtfenster. Ok, das war's schon. So, die Tür hab ich gesichert, ja, brauch ich noch Fackeln. Und was zu essen wär nicht schlecht. Das kann man alles mit. Äh, hier klopfen wir noch mal schnell Ding rein. Oh, ich glaub ich hätte doch dann jeder hier machen müssen. Das hat wohl keinen Sinn. Ach komm, Kupfer. Ich hab diese Coins schon mal machen. Ah, viel besser. Hier hat der Stein dazu richtig alt aus. Richtig billig. Ah, viel besser. Ach, dieses, diese komischen Streifen da wo. Wie gesagt, ich möchte es alles so möglichst. Aha. Haha. Da fällt noch ne Fackel. Ähm. Wie, 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 wie. Ne, nicht ganz. Das kann schon mal da rein. B2 Men. Ah, im Moment. Das kann schon mal sagen. Vielen Dank.